Auf der Suche nach Genetik, die sich jenseits vom Mainstream bewegt, wurde Staffelde fündig und konnte sich diesen sichern. Den Sohn des Impetus mit Namen Mescalero, der zudem aus einer kleinen, sehr schmal gewordenen Stutendynastie kommt, seine Mutter Maritza von Herzzauber Elite Stute, ist dreifache Hengstmutter. Und diese Maritza hat eben auch auf sportlichem Wege mit ihrer Nachzucht mehr als zu überzeugen gewusst. Mescalero und ich sind seit drei Monaten ein Team. Die tägliche Arbeit bereitet mir sehr viel Spaß, weil er immer aufmerksam und ehrlich ist. Und ich freue mich auf die Entwicklung, die wir jetzt den Sommer über machen werden. Die Großmutter Medine brachte unter anderem auch die beiden sehr erfolgreichen Grand Prix Pferde Masur und Magal. Und Mescalero selbst inzwischen auch schon Vater des gekürten Hengstes idealerweise, der aus der Zucht der Familie Fester in Hennef kommt. Und dort ist Mescalero auch aufgezogen worden und hat von dort aus auch eine sehr gute Hengstleistungsprüfung absolviert mit einer dressurbetonten Endnote von 8,33. Der Hengst stand einige Jahre mehr oder weniger züchterisch im Verborgenen. Und auch hinsichtlich seiner Richtigkeitsgaben, seiner vorbildlichen Einstellung und auch seiner sportlich vielseitigen Genetik sind ihm nun Türe und Tore geöffnet, eine stärkere züchterische Einflussnahme für sich in Anspruch zu nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020